Hallo und willkommen zu einem neuen ASMR-Video von mir. Heute habe ich auf den Wunsch eines Zuschauers ein Video über meine Schuhsammlung, also zumindest die meisten Schuhe davon. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen wird und falls es das tut, lass doch dem Video einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Das würde mich sehr freuen. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dem Video an. Ich denke, ich beginne mit meinen alltäglichen Sneakers, die ich jeden Tag trage. Es sind einfach schwarze Sneaker, die aus Stoff sind. Sie sind wirklich sehr leicht. Und ich finde es sehr schön, wie die Schnürsenkel gebunden sind. Ich habe schon viele Komplimente. Ich werde diese Schuhe bekommen. Ich werde diese Schuhe bekommen. Ich liebe euch die Schuhe. Ich werde das Schuhe über die Schuhe das beschränkt oder den Schuhe zu besetzt. Ich werde das Schuhe für die Schuhe wenn die Schuhe, die Schuhe designen, Ich werde das Schuhe über die Schuhe bei der Schuhe mitgehe. Ich werde das Schuhe über die Schuhe der Schuhe zu spätigen. Und dann das Schuhe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich denke, ich mache weiter mit etwas ausgefallenen Schuhen. Und zwar diesen hier. Ich finde die total schön. Und die sind sehr auffällig. Das war's für heute. Die hier sind im Gegensatz zu meinen schwarzen Sneakern ziemlich schwer. Ich finde sie sehr angenehm zum Tragen. Abgesehen davon, dass sie mir etwas zu klein sind. Die sind nämlich eine Größe zu klein, aber ich musste sie einfach haben und die gab es nicht in meiner Größe. Dieses Muster. Hier, das sind so wie kleine Schuppen. Unten drunter sind sie schwarz, wie man hier sehen kann. Und hier hinten. ist noch ein kleines Metallstück, auf dem der Markennamen steht. Von dieser Marke habe ich noch ein paar Schuhe. Auch dieser Typ Schuhe, nur in blau. Das ist noch ein kleines Metallstück. Das ist noch ein kleines Metallstück. Das ist noch ein kleines Metallstück. Das sind noch ein kleinesantapp. V Enter es noch ein kleines Metallstück. Also dazu sagen, dass ihr alles verfolgt. cladiert wird, kurz schwarz. Athletiert wird in disgufficialen Weise prozent. Aber das gibts noch male. Ich bin jetzt hier. Als nächstes zeige ich euch mein Lieblings Heilpaar. Und zwar sind es diese Lackschwarzen Sandalenhails, ich weiß gar nicht wie das heißt, irgendwas mit Sandalen und die sind ziemlich hoch. Ich weiß gar nicht wie das ist, was ich weiß gar nicht wie das ist. Mit denen kann man nicht so viele Geräusche machen. Okay. 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 Ich denke, wir machen weiter und als nächstes nehme ich ein paar Sommerschuhe und zwar sind das Stoffschuhe und die sind sehr dünn. Man kann da auch durchsehen. Die sind unglaublich bequem und praktisch für den Sommer. Sie haben ein Muster eingenäht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Okay. 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 Und in der Sohle ist es geflochten und das sieht aus wie Stroh. Okay. 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 so Spannungsgeladene Ansonsten Als nächstes habe ich einen Stiefel, und zwar der längste Stiefel, den ich besitze. Und zwar sind das Overknee Stiefel, nur habe ich sehr lange Beine und deshalb sind es bei mir nicht Overknee Stiefel, sondern bis zum Knie Stiefel, die reichen gerade so bis zum Knie bei mir und die hier sind samtig weich und haben hinten ganz oben so Schnüre, damit man sie enger machen kann. Und zwar sind die Stiefel, aber nicht nur sie, sondern auch die Stiefel. Und dann ist das Ergebnis schon wieder an den Stiefel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt zeige ich euch mein anderes Heilpaar und zwar habe ich diese verpackt. Es sind nämlich Lackschuhe und da möchte ich natürlich dass sie nicht verkratzen. Es sind Lackschuhe mit zulaufender Spitze. Die sind mir ein Millimeter zu groß und darum habe ich hier so eine Einlegesohle drin. Die haben einen wirklich dünnen Absatz. Ich habe sie mir extra für meinen Schulabschluss gekauft, für die Abschlussfeier. Die sind leider ziemlich rutschig, aber trotzdem trage ich sie gerne. Ich habe sie mir extra für meinen Schulabschluss. Ich habe sie mir extra für meinen Schulabschluss. Ich habe sie mir extra für meinen Schulabschluss. Dann packen wir sie mal wieder ein. Als letztes habe ich noch mein Lieblingspaar Stiefeletten da. Und zwar sind sie aus Kunstleder und sind ja geschnürt. Aber man zieht sie hier mit einem Reißverschluss an. Aber das ist jetzt glaube ich zu laut. Ich finde sie unglaublich bequem und ich trage sie sehr gerne. Und vor allem finde ich das Muster sehr schön hier, wie noch die einzelnen Teile drauf genäht worden sind. Ich habe sie mit einem Reißverschluss an. Ich habe sie mit einem Reißverschluss an. Das war's für heute. Und hier oben haben die Schuhe noch eine dekorative Schnalle. Hier oben haben wir die Schuhe noch einen Motorradradraden. Die Schuhe noch einen Motorradradraden. so Das war's dann mit meiner Schuhsammlung, das waren meine liebsten und wichtigsten Schuhe. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann nächstes Mal. Bye!